Im deutschen Synodalen Weg bzw. in der Synodalversammlung des Synodalen Weges gab es stets im linkskatholischen Lager zwei Fraktionen. Die größere Fraktion wollte sozusagen eine institutionalisierte Revolution innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland durchführen. Das heißt, sie wollten sich einigermaßen mit der Weltkirche einigen, einigermaßen mit den Dikastilien. Sie wollten keinen offenen Konflikt mit dem Papst haben. Es gab aber eine kleinere Fraktion im linkskatholischen Milieu, wesentlich radikaler, wesentlich dogmatischer, wesentlich heftiger, aktivistischer. Und die sagten, es ist absurd zu erwarten, dass Rom uns irgendetwas zugesteht. Wir müssen an die Barrikaden gehen, wir müssen einfach Fakten schaffen, wir müssen einfach diese Reform einfach so durchsetzen. Also zum Beispiel, wir sollten einfach Frauen weinen, wir sollten das Ganze machen, was wir da im Synodalen Weg fordern. Einfach tun, ja, und dann soll eben der Vatikan zusehen, was er macht, ob er tatsächlich den Mut hat, eben zum Beispiel alle Bischöfe abzusetzen oder angefangen bei Bischof Betzing. So, diese zweite radikalere Gruppe ist im Laufe des Synodalen Weges etwas leiser geworden, ja. Spätestens mit der vierten Synodalversammlung im September 2022 haben sie sich sehr stark zurückgehalten und haben eigentlich keine so radikalen Forderungen mehr gestellt, vielleicht aus politischen Gründen. Ja, und so war das auch eigentlich in der fünften Synodalversammlung, wo man das ja erwartet hätte, denn eine ganze Reihe von wichtigen Dokumenten, die wurden wesentlich verwässert. Die waren am Ende immer noch katastrophal und immer noch heretisch und schismatisch, aber sie waren wesentlich schwächer als das, was man ursprünglich wollte. Dennoch hat sich dann dieser ganz radikale Lager etwas zurückgehalten, aber sie haben deutlich auch einen Einfluss verloren, weil keiner von ihnen, soweit ich das nicht übersehen kann, wurde gewählt in den sogenannten Synodalen Ausschuss. So, dieses Lager allerdings hat jetzt Aufwind bekommen mit der letzten Erklärung von Karnal Fernandes über die Segnungen für irreguläre Paare. Dieses Dokument haben wir hier schon sehr oft besprochen, ist kein gutes Dokument, ist kein schlechtes Dokument. Ich hoffe, dass da noch irgendwie etwas kommt vom Glaubenskasteium, aber es zementiert immerhin die ganze Sexualmoral und auch das Eheverständnis. Das ist ja außerdem noch einmal bekräftigt worden vom Präfekt des Glaubenskasteium Fernandes, in seinen letzten Stellungnahmen, in seinen letzten Interviews, zuletzt außerdem noch in der Tagespost, ausgerechnet in der Tagespost, was ja für die ganzen Linkskatholiken ein schreckliches Blatt ist. So, es gibt jetzt inzwischen eine ganze Reihe von Stellungnahmen aus diesem ganz radikal linken Lager und die haben gesagt, seht ihr, das Ganze war völlig absurd. Es ist absurd, eigentlich von Rom irgendwie was zu erwarten und es gibt sogar empörte Stimmen aus diesem Lager, interessanterweise eher von solchen Leuten, die nicht eigentlich mit dem Synodalen Weg zu tun hatten, natürlich den Synodalen Weg begleitet haben und immer wieder kommentiert haben, aber von diesen Leuten sind richtig empört und wütend, und zwar über die Linkskatholiken aller Zentralkomite der deutschen Katholiken, zum Beispiel Frau Dr. Irmer Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Ich werde heute hier sehr wenige Ausschnitte von einem sehr langen Artikel, einem recht interessanten Artikel, und zwar von Prof. Norbert Lüdecke. Und er sagt genau das. Bei ihm platzt der Kragen. Er sagt, es ist unerträglich, dass diese ganzen moderaten Linkskatholiken ja dieses Dokument für Lucia Supplicans loben. Das ist völlig absurd. Er sagt sogar, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken geht so weit, dass sie sogar gejubelt hat über dieses Dokument. Also er hat überhaupt kein Verständnis dafür, weil er sagt, dieses Dokument ist toxisch, ist diskriminierend, es ist schrecklich, es zementiert die Sexualmoral etc. Und bei ihm, ja, man merkt richtig, er ist völlig außer sich vor Wut und kann das alles überhaupt nicht fassen. Wie gesagt, seine Stellungnahme ist sehr lang, aber hier ist wichtig, denn ich werde hier nur ein paar wichtige Stellen hier wiedergeben, zitieren, wo er eigentlich sagt, dass das ganze Machtapparat des Vatikans im Grunde genommen illegitim ist. Und das sind gerade diese Leute, die ihm solche Papiere produzieren, die ihm diese Sexualmoral, diese toxische, diese despotische Sexualmoral aufrechterhalten und zwar aus reiner Macht, aus reinem Machtinteresse. Das ist, was er sagt. Das heißt, er gibt tatsächlich die Argumente, um eine wirkliche Revolution, das heißt wirklich eine heftige Revolution durchzuführen in der katholischen Kirche und sagen, es ist uns egal, was Rom denkt, wir werden jetzt Fakten schaffen. Das ist eigentlich, was er diesen ganzen Linkskatholiken sagt und er wirft ihnen vor, dass sie nicht den Mut haben, eben tatsächlich eine richtige Revolution in der Kirche durchzuführen. Wie gesagt, ich werde nur vier kurze Zitate bringen, weil das ist ein sehr langes und sehr dicht geschriebenes Dokument. Er außerdem auch beschreibt das ganze Dokument für Duccia Supplicans und immer wieder zeigt er sich empört über Irmestädter Kabe etc. Aber er sagt Folgendes, also damit Sie sehen, wie radikal diese Leute drauf sind. Also das ist wirklich unglaublich. Das heißt, wenn diese Leute Einfluss gewinnen, dann ist richtig was los hier in Deutschland. Und zwar, er sagt, auf dem ersten, nicht zweiten, ersten Vatikanischen Konzil haben Papst und Bischöfe das Kirchenmodell einer absoluten klerikalen Wahlmonarchie für unabänderlich erklärt. Das heißt, er sagt, diese ganze hierarchische Verfassung der Kirche ist ein Fake eigentlich. Das haben diese Leute da in Rom irgendwie dann einfach konzipiert, weil sie dann eben so eine Machtstruktur hatten, die natürlich ihnen passt. Dass im Geschlechtsakt Liebesausdruck und Nachkommen Zeugung untrennbar sind, gilt lehramtlich als anthropologisches und sittliches Muss. Das heißt, die Sexualmoral folgt eigentlich diesen Machtstreben des Vatikans. Und deshalb wird es aufrechterhalten. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit... Also sehen, diese Personen haben eigentlich mit dem Naturrecht völlig gebrochen. Denn die Basis eigentlich der Sexualmoral ist ja das Naturrecht. Es ist ja, es ist natürlich die Bibel natürlich, aber die Sexualmoral, die biblisch sozusagen erklärbar ist, wird gestützt durch das Naturrecht. Für diese Leute spielt das überhaupt keine Rolle. Für sie ist es einfach nur ein Instrument einer despotischen Struktur. Und so sagt er weiter, ich springe hier ziemlich heftig, wenn ich das nicht so lang machen will. Mit einer Anerkennung der sittlichen Legitimität homosexueller Handlungen könnte das Gesamtgewebe reißen. Das heißt, er sagt, der Vatikant muss diese Sexualmoral auftreten, sonst explodiert die Kirche quasi. Diese Geschlechtsanthropologie soll zudem ekklesiologisch die ständig hierarchische Kirchenstruktur mit ihrem rein männlichen Führungsstand plausibilisieren, sodass sich die Geschlechteranthropologie kirchenrechtlich als Geschlechterhierarchie abbildet. Sie sehen, wie radikal er ist. Das heißt, und da sagt er ganz klar, das muss alles abgeschafft werden. Also das ist wirklich das Postulat einer wirklichen radikalen Revolution. Das heißt, so wie wir das gesehen haben, meinetwegen der bolschewistischen Revolution, der kommunistischen Revolution, das heißt, die ganzen Herrschersfreiheitnisse müssen völlig zerstört werden. Tabula rasa. Es muss etwas völlig Neues kommen. Also so radikal habe ich das eigentlich selten. Selbst die Heinister im Synodalen Weg haben sich nicht so in dieser Radikalität geäußert. Denn, sag mal so, ich meine, wer schreibt sowas? Selbst die Lutheraner haben ja eine gewisse Hierarchie noch und so weiter. Aber hier, er möchte praktisch Tabula rasa machen. Das ist zumindest das Postulat. Und er wirft, wie gesagt, das wiederhole ich, er wirft eigentlich diesen moderateren Linkskatholiken, dass sie im Grunde nicht den Mut haben. Die wollen sich irgendwie einigen auf schlechte Kompromisse. Ja, und sie ducken sich. Ja, und so weiter und so fort. Ja, und das ist unerträglich für ihn. Also er ist wirklich entsetzt. Ja. Und dann spreche ich nochmal. Formal wurde dieses faktisch immer weniger vermittelbare Lehrgeflecht abgesichert, indem seine Geltung, vor allem unter Papst Johannes Paul II. und seinem Chef-Ideologen Karl Ratzinger, also nicht jetzt Präfekten des Glaubenskongregations, sondern sein Chef-Ideologe, eingeschäft und verschärft wurde. Man richtete sich lehramtlich in selbst konstruierten Gewissheitstürmen ein und versuchte, von deren Zinnen die perkäre Lage zu überblicken und im Griff zu behalten. Das heißt, Sie sehen, das Ganze ist ein völlig günstiges Konstrukt, der eben niedergerissen werden muss. Ja, also so wie das mal wegen die Französische Revolution gemacht hat, etc. Wir müssen alles platt machen. Also es ist wirklich radikal. Das heißt, wenn diese Thesen jetzt Mode werden, also in Einfluss bekommen, in der katholischen Kirche in Deutschland, da ist wirklich was los. Da würde mich nicht wundern, dass praktisch dann Leute wie Bischof Betzing irgendwie einfach zurücktreten oder sagt, und da kommen dann praktisch diese radikalere Regeleute, wie zum Beispiel Overbeck, der ja sowieso immer viel radikaler drauf ist, und die sagen, okay, jetzt werden wir es tatsächlich machen, jetzt weinen wir Frauen und Schluss mit dieser ganzen Sexualmache. Also wenn solche Leute Einfluss bekämen, so könnte es laufen. Und dann hätten wir natürlich ein Schiss, eine absolut theoretische Kirche in Deutschland. Und dann sagt er schließlich, besonders bedrohlich geworden ist die Situation aus lehramtlicher Sicht, seit die Missbrauchsverbrechen vieler Priester und das komplette Versagen der Bischöfe im Umgang mit ihnen als Machtmissbrauch durchsichtig wurden, für den kirchliche Strukturen samt ihrer doktinellen Fundierung mitverantwortlich gemacht und nicht nur in Deutschland entsprechende Reformen immer drängender gefordert werden. Im Grunde genommen kritisierte er hier tatsächlich den Synodalen Weg, denn der Synodale Weg hat ja genau postuliert, aha, diese ganzen Geschichten da, die in der MAG-Studie, die müssen wir als Anlass nehmen, Reform durchzuführen, eben eine Änderung der Sexualmoral, Frauenpriester, die ganze Palette. Und er sagt, das müsste eigentlich klar sein und sehr deutlich und jeder müsste das kapieren, trotzdem wollen die das nicht machen, obwohl das offensichtlich ist. Und das heißt, der Synodale Weg hat sich im Grunde genommen angepasst, gewissermaßen, und hat sich damit eigentlich, ja, hat sich darauf, hat dieses System sozusagen, ich benutze jetzt die Wörter von Gregor Poczun, er redet immer vom System, im Grunde genommen hat sich der Synodale Weg mit diesem Machtsystem abgefunden. Also das ist eigentlich das Wording von diesem Professor Lüdecke. Sie sehen, das Ganze ist wirklich unglaublich radikal und wir müssen das im Auge behalten, ja, denn, wenn tatsächlich jetzt der Kanal Fernandes nach Deutschland kommt und er schon gesagt hat, ich denke nicht dran mit den Deutschen über Homosexualität, über Frauenpriestertum etc., also die ganzen Ankündigungen, also das, was auch schon Kardinalstaatssekretär Padolin, da könnte es tatsächlich sein, dass viele sagen, okay, wenn das so ist, dann brauchen sie gar nicht zu kommen, wir werden unser Ding durchziehen, ja, und es ist uns egal, was Rom macht. Wie gesagt, diese ganze Geschichte ist wirklich, könnte es wieder intensiv zum Boden kommen. Es sah ja so aus, im Grunde genommen, dass sich die Deutschen ein bisschen ja sagen, ein bisschen kriegsmüde geworden sind und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir werden das Ganze nicht so heftig durchführen, aber dieses Papier und solche Stellungnahmen könnten natürlich wieder dazu führen, dass dieser ultralinke Lager jetzt wieder mehr Einfluss kriegt und jetzt eigentlich einige Bischöfe, Overbeck und so weiter, oder die kriegen das richtig mit der Angst zu tun und sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich was tun, dieser ganze nationale Weg ist im Grunde genommen eigentlich gescheitert, ja, es hat gar keinen Zweck, irgendwie sich einigen zu wollen mit Papst Französus und so weiter, also wir werden jetzt das jetzt tatsächlich durchziehen und dann hätten wir tatsächlich Verhältnisse wie im 16. Jahrhundert. Vielen Dank.